Sarah Lombardi Nach frischem Haarkut, Promi-Damen feiern Sarah Lombardi Ihr neuer Haarschnitt bekommt prominenten Zuspruch. Dieser radikale Schritt hat Sarah Lombardi, 25, nicht nur eine gehörige Portion Mut, sondern auch einige bittere Tränchen gekostet. Seit ihren musikalischen Anfängen bei DSDS kennen die Fans die Sängerin mit ihrer stetig wachsenden Valle-Valle-Mähne, doch von der hat sich die Bauti kürzlich beim Friseur verabschiedet. Für die Veränderung wird Sarah jetzt von anderen Stars mit Komplimenten überschüttet. Zwar kommen auch Promi-Damen wie Kim Gloos, 25, und Jana Enazarella, 41, auf Sarahs Instagram-Account und bisher nicht in den Genuss der umgestühlten Haarpracht, das hält sie aber nicht davon ab, schon mal ihre Meinung kundzutun. Die ist bei allen gleich Sie sind völlig begeistert von Sarahs haarigem Neuanfang. Neben einem Bravo-Von und einem Super-Entscheidung von Kim gibt es von Anne Wünsche, 26, für Sarahs Haar-Video jede Menge Herzchen. Sogar noch Ehemann Pedro Lombardi, 25, ist von Sarahs Verwandlung begeistert und lobt die Mutter von Söhnchen Alessio, 2, unter dem Post. Und die Promi-Flass-Leser? Die hat der Radikalschritt super überrascht. Eine aktuelle Umfrage, Stand, 11. April, 13 Uhr zeigt, dass 43,7 Prozent der Befragten niemals damit gerechnet hätten. 57,3 Prozent können es kaum noch abwarten, das Ergebnis auch endlich zu sehen. , 2, unter dem Teil der Befragten für Musik Vielen Dank.